Grün zur Kiste, Grün zur Kiste. Ne, warte mal. Drei, sechs, neun, zwölf, fuchzehn, die zur Kiste, die zur Kiste, die zur Kiste. 42 Laser habe ich jetzt angeschlossen. Alter Schwede. Ich mache nur 30 Stück, so viele brauche ich nicht. Du musst ja auch immer so viel Energie haben, ne? Ja. Ja. Nur ich habe jetzt schon mit 15 Laser 61 MJ. Also, der Tablet, der kriegt quasi so, ja, 173.000 MJ. 173.000? Ne, oder 173,464 MJ. Ja, du weißt, so viel kannst du gar nicht pumpen, ne? So viel kriegt er aber. Ja, dann geht aber deine Wetschern-Energie-Zelle weg. Oder hast du gar nicht zwischengeschaltet? Guck mal, wie voll die noch sind. Ich habe doch nicht nur eine stehen. Teleportet Centers. Ähm, na, jetzt gehe ich auch noch durchs Portal durch, Alter. Also, jetzt teleportiere ich mich zu dir und dann gehe ich durchs Kackportal einen Schritt nach hinten. Also, die wird nicht leer. Na, jetzt kommen wieder tausende Chocobufi dann. Was ist denn stehen? Unten. Was denn? Das Ding. Die Energiezeits oder was? Ja. Ich habe fünf Stück da stehen. Ja, okay, warte mal, was sagt der denn? Ja, der sagt gerade Output von 210, das schafft der. Ja, je mehr du drauf musst, weil, siehst du ja, bei 210 Output, da würde ich mir Sorgen machen. Wieso? Ja, der kommt ja nicht irgendwann nicht hinterher. Weil, wenn du über 210 MJ pro Tick hast, dann hast du ein Problem, dann musst du erhöhen. Die sind ja im Moment instant voll, Alter. Ja, jetzt noch, aber wenn du, je mehr du vollpumpst, dann, ne? Ja, aber ich will ja noch ein paar mehr von denen Energiezeits einsetzen. Das bringt ja nichts. Der kann ja nur so viel ausfüllen, wie der rausholt. Ja, aber umso mehr du stehen hast, umso voller Sinti und dann hast du trotzdem noch genug. Ja, du denkst halt nur gerade falsch in dem Moment. Klar, du hast überall voll und gibst überall 100 raus. Das heißt, du hast dann am Ende, weiß ich, deine 1000 MJ. Aber der kann nur 210 Füll immer nach und nach. Ja, und? Ich würde das ja merken dann. Ja? Deswegen brauche ich diese komischen Pipes auch. Wie gesagt, ich würde das ja merken. Ja, du merkst es. Ich lasse es automatisch laufen. Dann brauche ich mich nicht um nichts mehr kümmern. Ich mache mir einmal die Arbeit und dann hier. Wie viele Chipsets habe ich denn jetzt eigentlich schon? Weiß ich nicht. Fast von beiden zwei Steaks. Ja, ich muss diese Dia Chipsets voll viele bald machen. Ja, die brauche ich auch noch. Boah, die sind lästig, ey. Deswegen mache ich das auch mit dem automatischen Befüllen hier gerade. Dafür brauche ich Gold. Da auch. Da auch. Okay. Was brauche ich denn da? Für die Chassis. Da brauche ich Bier. Für die MK5. Da muss ich nochmal gucken, was ich dafür bräuchte. Dia Chipset. Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Ich glaube, das war hier mit drauf. Ne, hier nicht. Doch da. Ich kann da erstmal was reinpumpen. Crestpipe. Ne, ähm. Na, deins ist teurer. Ja, und ist mir egal. Gibt's Yu-Yu-Meter. Ja, der macht dir erstmal Yu-Yu-Meter. Und klau das nicht von anderen Leuten. Ein Chassis-Pipe plus Insect- und Provider-Modul. Um reinzusortieren und rauszuholen. Also ne Chassis-Pipe brauche ich. Das war doch richtig. Chassis-Pipe MK5. Ey, soll ich dir mal sagen? Ich habe noch 6000 Yu-Yu-Meter. Okay. Weil ich gerade viele Diamanten gemacht habe. Logistik-Chassis-Pipe MK4 brauche ich. Fett, Alter. Okay. Basic Logistik-Pipe brauche ich, um eine MK4 zu machen. Und die brauche ich dann, um eine MK5 zu machen. Also brauche ich noch Redstone Iron Chips. Ja, Redstone Iron Chips, die sind doch nix. Kosten doch nix, die Dinger. Das stimmt. Pumse, Redstone, dann fertig. Problem ist jetzt... Mein Redstone ist fast verbraucht. Das ist halt das Geile. Oh. Redstone? Man schlägt der Yu-Yu-Meter? Ja, mein Yu-Yu-Meter. Geh doch zu Johnny. Ne, brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. Ja. Da merke ich. Ich merke ich. Ein... Habe ich hier noch ein bisschen. Zack. Zack. So. Und noch ein bisschen Redstone. Noch habe ich ja Yu-Yu-Meter. Aber es ist auch gleich noch leer. Das ist unglaublich, wie viel da durchgeht gerade. Mein Verballer, das Yu-Yu-Meter. Packt der dann die Gold-Dinger hin. Zack. Ich habe mich schon fast geahnt, dass das im Kreis rumfährt hier. Oder? Ne, das sind die. Das sind die Dinger. Elektronen geht da rein. Okay. Kann er erstmal machen. Da ein Diamant-Gate, das ist Gold. Und ein Goldenes-Gate. Das ist super. Halt es auch gleich um, ne? Na ja. Die. Pumpen wir mal bitte da mit rein. Da mit rein. Zack. Erstmal. Noch ein bisschen mehr Gold rein. Noch ein bisschen mehr Redstone rein. Zack. Kann er das verbrauchen. Kann er das selber laufen lassen. Ich brauchst du auch. Stackweise kann ich so. Ach. Kostet ja nix. Yu-Yu-Meter läuft ja auch noch. So. Wie ging nochmal ein Laser? Wann haben wir angefangen? 5,5. Ja, können wir ein paar Minuten machen. Äh. Wie war das, was war billiger? Mit Gold oder mit... Mit Yu-Yu-Meter mit Gold war das billiger, ne? Diamant-Gate zu stellen. Keine Ahnung. Von meiner Meinung, ja. Ich hab's jetzt auch mit Yu-Yu-Meter gemacht. Juckt ihr mich weniger. Ähm. Für Diamant-Bow musst du komplett... Komplett, ja. Ähm. Warte mal, wie war denn das? Zack. Zack. So. So, 15 Stück noch. Naja. Doch, das ist billiger, wenn du was mit Gold machst. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was... Weil du machst ja aus... Ein Yu-Yu... Aus 5 Yu-Meter machst du zwei Stück, ne? Hm. Daraus machst du viel Gold? Ja. Und daraus machst du ein... Ähm... Dia. Ein Gold dann. Äh, ein Diamant mal nicht. Okay. Und durch die Messerator... Ja, wie gesagt, durch die Messerator machst du ja vier Stück daraus. Und daraus kriegst du ja einen Diamanten. Ja. Ja, war mir jetzt... Pfff... Wen juckt's? Brauch mal ein bisschen... Johnny. Danke dir. Danke dir. Das ist ja nicht so, dass Johnny es nicht hat, ne? Nö, der... Wofür braucht er das? Nur 48.000. Ich hätte es jetzt schon verbraucht. Wäre ich schon bei mir wieder weg gewesen. Ich hätte doch gerade noch 20.000, jetzt habe ich nur 6.000. Ja. Nur welche... Ehrlich gesagt, eigentlich brauche ich mir das gar nicht erst erstellen. Nö, du holst es dir doch von den anderen Leuten. Ja. Und Johnny braucht das eh nicht für was auch immer. Er produziert das eh und machst. Und das ist auch schon so egal. Unglaublich der Kerl hier. So. Jetzt habe ich 5 Stacks. Stacks, ähm... Goldohr. Also, 4 Stück habe ich mir eben noch hergestellt. 1, 2, 3... 4... Oh, go, ey, wo kommt der Chip-Set jetzt her? Den soll er doch da reinpumpen, will er mich verarschen. Ich kann das doch so machen. Wo sehe ich jetzt den ganzen Stein-Rest-Wimm-Scheiße? Nein. Ach, die. Die sollen da rein, mein Freund. Oh. Drrrt, drrrt. Drrrt, drrrt. Ja, das Ding habe ich ja angelassen. Stimmt ja. Aus damit. So, ich mache eben noch die Laser dran. Achso, die habe ich auch noch. Auf so ein Goldblöcke. Ja, ihr habt auch noch irgendwie 6 Goldblöcke oder so. Also, Stacks, ne? 64er Stacks viermal oder fünfmal. Ja. Zack. Zack. Und bam. War her, Minium Stone. 32 Stück. Ja. Dafür braucht er jetzt 125. Alter. Das sind 30 Lasern. Ja. Ich glaube, die Energie schafft er locker. Darf ihn ja auch so fies, dass er in den Augen noch nicht passt. Passt gerade so noch. Äh, bei mir passt er sowieso. Ja. Und wegen den, ähm, Panelsaum. Mhm. Aber mehr mache ich nicht. Das reicht. So, er hat ungefähr anderthalb Stacks von Gold noch drin. Ungefähr, ja, auch anderthalb Stacks von Eisen. Dann hat er 2, 4, also, ja, 2, 4, ungefähr 6,5, 6 Redstone und 1 Stack Diamanten drin. Na, reicht. Und das kann er erstmal herstellen. Okay, meins ist eh rappelvoll. Und ich würde auch sagen, damit beenden wir jetzt auch die Aufnahme, ne? Mhm, ja, eigentlich, ja, kann man bei den Superlaser bei der Fabi ja eigentlich cut machen, job. Würde ich auch sagen. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und, jo, ciao, ciao. Tschüss.